Reinhold, wir widmen uns jetzt einem Thema, wo ich selber auch weiß, dass da die Meinungen auch auseinander gehen. Und zwar eben die Frage jetzt nach der Entrückung beispielsweise, kommt ja die Trübsal und dann die Frage, ja inwieweit kann man dann in dieser Zeit der großen Drangsaal sich ja dann immer noch bekehren. Und dann argumentiert man ja auch, Mensch das ist gut, jetzt habe ich vielleicht auf Erden evangelisiert, vielleicht auch im Rahmen meiner Familie, die sind jetzt noch nicht zum Glauben gekommen, aber wenn ich dann nicht mehr da bin, weil ich bin entrückt, dann sollte es bei denen ja spätestens dann Klick machen und dann können sie ja dann während der Trübsalzeit noch zum Glauben kommen. Aber wie gesagt, das ist kontrovers, weil manch andere sagen, nein, nein, da kommen zwar noch Menschen zum Glauben, das auf jeden Fall, aber diejenigen, wie jetzt hier bei uns, die wir schon mit dem Evangelium derart konfrontiert haben, die haben eigentlich ein Stück weit ihre Chance verpasst, weil die werden sich während der Trübsal kaum noch bekehren. Wie siehst du das? Ja, mir fällt da gerade Folgendes ein, das kommt so ein paar Mal vor im Buch der Offenbarung, da geschehen zum Teil auch Gerichte und andere sehr unangenehme Dinge und dann heißt es, und die Menschen taten keine Buße. Also wir merken, auch da will Gott immer noch, dass sie Buße tun, sonst wäre das ja ein reines Theater. Auch da, und wir wissen ja auch aus den Informationen, dass auch Menschen, wie du erwähnt hast, das Zeichen des Tieres ablehnen. Sie werden es ablehnen, werden dann sterben, wir lesen das in Offenbarung 13, 14 bis 15, da heißt es, Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Also auch da sehen wir, es ist eine Entscheidung. Der Mensch hat Entscheidungsfähigkeit, er hat die Freiheit zur Entscheidung, aber dieses Bild, bei dieser ganzen satanischen Verführung, die so unheimlich sein wird, ein Sog, es gibt Menschen, die werden dem widerstehen und werden es nicht annehmen. Klar, wie du gesagt hast, sie werden sterben, aber immerhin die Möglichkeit ist gegeben. Ja, ich denke, dass manche auch, die sagen, es gibt keine zweite Chance, aber ich meine, du hast es richtig gesagt. Wenn heute jemand Jesus nicht annimmt, in dieser Zeit, wo es sehr einfach ist, wo es heißt, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das ist vielleicht zu einfach. Ja, du, man betet da, ich war da bei einer Evangelisation, bin nach vorne gegangen, habe Jesus angenommen, dann hat noch ein Sehnsorger mit mir gebetet. Also menschlich gesprochen, ich rede jetzt nicht von meinem ganzen Entwicklungsweg, von den Qualen und was ich da alles durchgemacht habe, aber sehr einfach. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wunderbar. Freiheit, so einfach geht es. Das wird dann natürlich nicht mehr so einfach sein. Ja, diese ganze, der Gegenwind wird viel stärker, ja, das ganze Umfeld wird viel schlimmer. Aber es heißt ja hier in 2. Thessalonicher 2, 9 bis 10. Ihn, das Entkommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, hier spricht die Bibel vom Antichrist, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Lüge. Also wenn wir da jetzt ein bisschen ans Dritte Reich denken, das war ja schon gewaltig, diese Suggestionsfähigkeit vom Goebbels, dem Propagandaminister, das war ja unheimlich. Wie der die Deutschen praktisch hypnotisiert hat, dass sie geschrien haben, wir wollen den totalen Krieg. War ja schrecklich, war schrecklich. Aber da haben wir schon was davon gesehen, ja, wie da die Verführung da war und wie die Leute nachher aufgewacht sind nach dem Zusammenbruch Deutschlands und viele haben es gar nicht richtig verstanden, was eigentlich passiert war. So waren die in dieser Verführung drin und da heißt es ja auch hier, eben diese Entfaltung aller betrügerischen Kräfte und wenn wir bedenken, das ist dann Satan hoch 2, nicht nur Adolf Hitler, was damals nur in Deutschland war, hier wird es weltweit sein. Und der Drache, der Satan, gibt ja sein ganzes Reich dem Antichrist und mit all den Fähigkeiten, die er hat. Aber da heißt es hier, und aller Verführung der Lüge, bei denen, die deshalb verloren gehen, und jetzt wird es ganz wichtig, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also das ist deutsche Grammatik hier. Ja, da geht es ganz klar, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, gehen sie jetzt hier verloren. Und wir dürfen nicht vergessen, 2. Thessalonicher 2 spricht vom Antichristen und natürlich auch vom falschen Propheten. Paulus sieht hier nur einen, während Johannes in Offenbarung 13 dann zwei sieht, diesen Weltherrscher und den falschen Propheten. Und bei dieser ganzen Verführung, sie hätten da nicht verloren gehen müssen, wenn sie die Wahrheit angenommen haben. Also das ist ja dann nach der Entrückung. Da ist ja schon der Antichrist da, der falsche Prophet. Das ist also nach der Entrückung. Wir dürfen das nicht für die Gemeinde heute auslegen. Denn sonst könnte man denken, ja, die werden dann alle verführt. Alle, die der Wahrheit gehört haben, sind entrückt. Also es sind jetzt nur noch die anderen da, die verführt werden. Nein, aber das ist pos, das ist nach der Entrückung. Ganz wichtig, dass wir das klar festhalten. Und was ist die Wahrheit? Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, Gott ist gekommen. Ist Fleisch geworden. Und ist für uns gestorben. Das ist das Ganze. Zusammengefasst, das ganze Evangelium, der ganze Rettungsplan Gottes. Das ist die Wahrheit. Jesus ist gekommen und hat für mich, hat für dich, hat den Preis bezahlt. Und wenn wir das annehmen, ja, dann werden wir nicht verführt. Das gilt für heute, obwohl die Verführungen heute nicht so in dem Sinn extrem sind, aber dann auch für diese sieben apokalyptischen Jahre, vor allem auch für die große Trübsal. Auch da gilt es für Leute, die dann sich an die Wahrheit halten, egal was es kostet, sie werden dann nicht verführt. Und deshalb dürfen wir auch Bücher in unserem Bücherregal stehen lassen oder evangelistische Literatur und dürfen auch da hoffen, dass mancher auch nach der Entrückung eben dann noch die Entscheidung trifft. Ganz bestimmt. Schöner wäre es natürlich, dass man sich diese Frage eigentlich gar nicht stellen muss. Genau. Weil man einfach ja schon dabei ist. Ja, ja. Aber es kann ja sein, dass es Zweifel gibt, dass Leute Zweifel haben. Und es heißt ja auch, dass Gott es alles zulässt. Also Gott steht darüber, immer noch, auch bei diesen schrecklichen Verführungen durch den Antichristen, durch den falschen Propheten, durch Satan, der dahinter steht, durch diese unheilige Dreieinigkeit. Da heißt es hier in 2. Thessalonicher 2, 11 bis 12 in der Fortsetzung. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwands, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit, an der Lüge. Und das merken wir heute auch, wie das immer mehr zunimmt, dass aus Schwarz-Weiß gemacht wird, aus Weiß-Schwarz, aus Gut-Böse, aus Böse-Gut. Wir merken diese Umpolung. Ja, ich denke, wichtig für uns auch, Gemeinde, oder auch diejenigen, die vielleicht noch, ich sage ja, es gibt ja auch viele Menschen, die sind mit dem Evangelium konfrontiert, sind irgendwo auch offen, interessiert oder wie auch immer, aber sie sind einfach noch nicht durchgedrungen. Letztendlich muss es natürlich der Herr selber auch schenken. Aber ich denke, für uns ist es einfach wichtig, dass wir bereit sind, bereit sind, nicht nur für die Entrückung, sondern einfach auch bereit sind für alles, was auf uns zukommen mag, bereit auch für unser irdisches Ableben. Vielleicht kann man da noch dazu sagen, weil manche, die klagen uns ja an und sagen, ja, ja, ihr wollt vorher entrückt werden, ihr Feiglinge. Und so in die Richtung geht es dann. Da sage ich nur Folgendes. Wenn Gott will, dass ich durch die sieben apokalyptischen Jahre gehe, dann gehen wir durch die sieben apokalyptischen Jahre. Und da bin ich auch überzeugt, dass Gott uns bewahrt. Aber aus dem ganzen prophetischen Hintergrund, diese ganzen Teile, wenn wir die zusammenfügen, da gibt es keinen Zweifel, dass die Gemeinde vorher entrückt werden muss. Nicht, weil wir das wollen, sondern das ist unsere glückselige Hoffnung. Das ist wunderbar. Ja, und da gilt es einfach glückselig diejenigen, die dann da auch dabei sein dürfen, für die sich dann diese Frage erst gar nicht stellen muss, ob man sich dann während der Trübsalzeit noch bekehren kann oder nicht. Und so heißt es ja auch im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9. Damit will ich die Sache vielleicht auch abschließen. Das ist ein Stück weit auch unser Auftrag dann. Römer, Kapitel 10, Vers 9. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Ja, Sie dürfen sich gerne auch wieder zu Wort melden. Lassen Sie sich ruhig auch Ihre Meinung uns kundwissen. Und auch Ihnen herzlichen Dank.